FALLE TO COMMANDER 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 Ich trau mich hier ehrlich gesagt irgendwie nicht weg. Ich fühl mich hier sicher. Ist jetzt mein Ort. Keiner kommt hier hoch. So. Malz. Trötrö. Bleib stehen du Nutte. Oh Mann. Ich kann mir hier hängen gehen. Ging es hier hoch? Ja ne. Jo. Ups. Ich will nicht sterben. Hallo? Nicht heute mein Freund. Ach ich hab erst die Drohne. Ups. Das war anders geplant. Nicht auf mich. Ich hab nichts getan. Außer deinen Kameraden getötet. Ich bin so gut. Ich bin so toll. Ich bin der Maxi. Und bin nicht voll. Aber wenn ich mich vielleicht so anhöre. 7500 Punkte durch Assessed. Jawohl. Ich hab gleich keine Munition mehr. Und ich gammel hier grad nur rum. Aber. Wie sieht's aus. 12 zu 5 ist. Doch ordentlich. Wir verlieren B also. Schön die ganze Zeit im Visier bleiben. Ich bin Noob. Ich darf das. Wo sind Gegner? Also langsam. So ganz allmählich. Wird das irgendwie langweilig. Jetzt weiß ich warum ich Kameraden nicht mag. Ich hab auch keine Ahnung wo Gegner sein könnten. Aber warum bewacht keiner C? Ja. Genau deswegen bewacht keiner C. Genau deswegen wollte ich mich da wegbewegen. Habt ihr das gesehen? Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich kurz vor dem scheiß Blitzschlag sterbe. Geh weg. Pisser. Fall. Ja. Töte doch mal langsam. Komm her, komm her. Ich weiß, dass du kommst. Ich weiß, dass du kommst. Ich bleib hier in Sicherheit. Guck mal. Zielsucher. Pervers. Das macht man nicht. Man macht auf einer MP keinen Zielsucher drauf. Das sieht einfach erstens scheiß aus. Zweitens ist es komplett hirnlos. Und drittens kämp' ich mir den Arsch ab. Ich hab den Typen gesehen. Nein, 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 nein. Nicht heute, mein Freund. Ich weiß, dass wir B verlieren. Stirbt auch. Oh Gott. Schocker-Assist. Bam, Digga. Drohne. So, das heißt, wenn ich die Drohne habe, bin ich wieder in der Nähe des Blitzschlags. Das heißt, dass ich gleich sterben werde. Headshot. Diesmal sogar wirklich. Ich hab's doch gesagt. Wie kann die Fall so... Bazinga. Ne, 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 warte mal. Woosier war das. Äh, ja, ne, das wird nicht knapp. Ja, okay, mit dem Raketenwerfer, den zu töten wird eng. Alter, hey, das ist doch, ich weiß, dass, ich, ich mein, okay, man kann ja, es kann ja sein, dass Leute mit der Pfahl sehr schnell triggern können, und dass der stirbt, ist eine Unverschämtheit. Na, aber, der triggert mir ein bisschen schnell. So, 17.8, erste Runde ist vorbei. Ich hab doch meinen Controller angeschlossen. Alter, Digga, was da los? Also, ihr müsst dazu wissen. Dass ich... Jetzt hab ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Eingendauerhaftes Freischalten. Aaaah! Aaaaaaah! HAHA! Ich dachte gerade, ernsthaft, ich hätte blinden Überwachung freigestellt. Das... Nee, aber nicht, aber man kann's freischalten. Okay, wir spielen jetzt erstmal noch eine mit einer normalen Klasse, damit ich mir gleich... Damit ich erstmal... Und dass ich mir dann eine vernünftige Klasse machen kann. ... Ja, ich hab wirklich vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Das ist echt scheiße. Ach so, ach jetzt weiß ich's wieder. Genau, ich spiel mit... Digga, geh an. Mann, ey. Ich spiel mit dem Kabel-Controller. Und da meine Controller öfter mal runterfallen... Äh... Ja, eigentlich ernsthaft runterfallen. Bzw. das Kabel ab und zu mal... ...n bisschen... ...die Fliege macht! Ich bin so schlecht. Ist dieses Kabel nicht mehr ganz in Schuss? Und... ... ... ... Deswegen kann es sein, dass der Kontroller ab und zu mal abgeht. Lance Corporal, irgendwas. Juhu! Zack. Zack. Oh Gott. Ich muss mir nicht so panik machen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Schnell weg, schnell weg, schnell! Schnell weg, schnell weg! Ach komm, ich war doch schon um die Ecke rum. Und cool, Hit Detection, die ist das. Granate. Das ist ein Witz. Okay. Digga, bin ich, ich bin doch nicht unsichtbar. Ich hab nicht mal einen Schalldämpfer. Oh, 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 oh. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich hab Ghost. Nee, ich hab gar nicht Ghost. Scheiße! Ich hab ne Drohne. Ups! Ich hab ne Drohne. Ich kann euch nichts bieten, aber ne Drohne. Ich weiß, dass du kommst, ich kann nicht rächen. Was? Ernsthaft? Ich mein, ernsthaft. Ernsthaft? Oh, Mann. Hier ist irgendwo ein Mensch. Da. Naja, kein Mensch. Ein Etwas. Ich hasse es. Ja, und da wird er mir geklaut. Okay, okay, okay. Wir nehmen jetzt die K10 Vektor mit Griff. Und raschen jetzt erstmal gemütlich ne Runde. Mission fehlgeschlagen. Egal, egal, egal. Ich bin gut und ich lass mir das von niemandem kaputt machen. Oh, mein Gott. Ich, nicht, nicht sterben, die sterben, die sterben, die sterben, die sterben, die sterben. Geh lieber weg, geh lieber weg. Du hast nix zu verlieren, du bist schlecht, du bist Level 6. Und kriegst du trotzdem auf die Reihe, diesen Typen zu verlieren und stirbst danach. Oh, le. Ich brauch ne andere Klasse, ohne Witz. Ich will immer, wenn ich in den Häuser gehe. Zu Secondary. Secondary wechseln. Das geht nicht, weil ich da nes Ding hab. Entfront. Oh, das ist aber ganz schön gedauert jetzt wieder. Oh, okay. Ist hier... Na, das ist... Weißt du, wenn man einmal ausnutzen, dass man so ein Scheißteil mit hat und dann sowas. Ich hab keine Ahnung, wo ist die Drohne, da ist keine Drohne, okay. Das ist nicht gut. Pff. Ey, der Blitzschlag... Es war mal rechtzeitig angesagt. Oh, mein Gott. Ja, und dann kommt er wieder neben mir. Immer von hinten und von der Seite und überall die kleinen Perverslinge. Das ist doch nicht mehr normal so, wenn ich mir eine andere Waffe... Und zwar die Skorpion. Es gibt dieses hier echt starke Standardklassen. Ich mein, die G36 letztes Jahr war ja auch nicht so schlecht. Ich hab 12 zu 10. Die war ja auch nicht so schlecht, muss man ja ganz ehrlich mal behaupten. Aber, äh... Ja. Irgendwie freuen sie mir dieses Jahr besser, vor allem, weil ich die M27 liebe wie die Pest. Das ist, äh... Die ist geil. Ich hab grad einen Spruch gelesen bei Ask. Und zwar, Backe, Backe, Kuchen, deine Brüste muss man suchen. Haha. Find ich geil. Die... Oioioi. Oioioi. Gott, verzieht die Scheiße. Aber schnell schießen tut's auch. Hat die Schnellfeuer drauf? Boah, hab ich den geohnt. Ich hab keinen Plan, ob der auf mich gegangen ist, aber wenn, hab ich den geohnt. Ich hab das Gefühl, ich werde jeden Moment sterben. Jaaa, war gar nicht so falsch. Das ist super. Bäm. Ah, hätte er glauben können. Oh, da ist die Drohne. Da ist die Drohne. Da ist die Drohne. Ich hab wenigstens mal ne Secondary. Ohohohoho. Ultra-Ownage. Ernsthaft, ich hab's immer noch nicht. Jaaa, und dann steh, Alter. Ich hätt nicht runtergehen sollen. Oh, Mann, ey. Seht ihr, deswegen heißt der Scheiß Fail to Commander, nicht Row to Commander. Ich bin ein vom Blitzschlag, und dann, äh, ja, sterbe ich. Richtig. Oh, ja. Gut gesetztes C4, geohnt, und... Da ist er! Oh, oh! Oh, Gott, der schreckt mich doch mal. Jaaa. Versuch was wert, kommt schon. Alter, mit der Waffe kannst du ja nicht schießen. Das ist ja nicht mehr normal, wie die abgeht. Jaaa, äh, der hat doch nicht mal in meine Richtung geguckt. Mhm. Mhm. Genau deswegen, äh, mag ich dieses Spiel nicht besonders gerne. Auch wenn's gut ist. Auch wenn's gut ist. Der nächste, der da rauskommt. Ach, das ist die Dreischuss, äh, Knarre. Sag doch mal was, sag doch mal was. Ich spurte dadurch, kein... Nichts kann mich aufhalten. Nichts. Gar nichts. Ich bin... Unaufhaltbar. Außer diese Blankgranate und dieser Gegner. Und mein Team hier davon, der mich blockiert hat. Was aber allerdings irgendwie auch meine Schuld war. Nja. Ähm. Nein. Egal. Egal. Ich hab im Moment ne... Yeah. Ne souveräne... Einsack HD, würde ich mal behaupten. Nää. Was war... Oh Gott, bin ich schlecht. Oh mein Gott, ich war... Ich dachte, ich hab schon wieder aufgenommen. Ich find's aber auch unlogisch, dass man das C4 nicht so weit werfen kann, wie so ne... Oh, der ist Mine. Okay, schnell weg, 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 schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja, okay, mit einem Dropshot habe ich nicht gerechnet Aber Wir haben Wieso haben wir noch nicht verloren? Ja, und ich war nicht mehr dabei 26.10 geht diese Runde aus Ich hoffe, euch gefallen Erste beide Spiele von Nelotte Dokumentar Wir gucken jetzt noch eben nach Wie es aussieht mit dem Level Ist im Moment glaube ich sogar Double-Ap Wäre ja mal ein ganz schönes Weihnachtsgeschenk Dann bin ich mich sehr schnell fertig Dann muss ich das nicht so lange spielen Aber auf jeden Fall mache ich ordentlich Punkte Ich meine, ich bin jetzt kein Solution oder so Aber ich würde sagen Ich bin auf jeden Fall nah am Krieger dran Level 7,75 Alles klar, Level 7,75 Ich verabschiede mich von dieser Folge Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal through